Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. In diesem Video zeige ich dir das Bestimmen der Oxidationszahlen aller Atome der Butansäure. Butansäure nennt man auch Buttersäure. Sie ist eine Carbonsäure mit einem charakteristischen Geruch. Die Oxidationszahl gibt an, welche Ladung ein Atom in einer bestimmten Verbindung hier Butansäure tragen würde, wenn alle am Aufbau dieser Verbindung beteiligten Atome Ionen wären. Zunächst stelle ich die vollständige Strukturformel von Butansäure auf. Als nächstes nehme ich mir ein Periodensystem der Elemente zur Hand. Damit finde ich die Elektronegativitätswerte von Wasserstoff, nämlich 2,1, Kohlenstoff 2,5 und Sauerstoff 3,5 heraus. Nun analysiere ich die Bindungen. Der elektronegativere Partner zieht das gemeinsame Elektronenpaar stärker an sich. Betrachte ich beispielsweise die Bindung zwischen diesem Kohlenstoffatom und diesem Wasserstoffatom, so hat das Kohlenstoffatom den größeren Elektronegativitätswert mit 2,5 im Gegensatz zum Wasserstoff und zieht somit das gemeinsam genutzte Elektronenpaar stärker an sich. Und das symbolisiere ich jetzt hier. Betrachte ich allerdings diese Verbindung oder diese Verbindung miteinander, also ein Kohlenstoffatom und ein Sauerstoffatom, so stelle ich fest, dass das Sauerstoffatom den größeren Elektronegativitätswert hat, das gemeinsam genutzte Elektronenpaar also stärker an sich zieht. Gleichnamige Atome, also zum Beispiel dieses Kohlenstoffatom und dieses Kohlenstoffatom sind gleichnamige Atome, nutzen das gemeinsame Elektronenpaar gleich stark. Für das Bestimmen der jeweiligen Oxidationszahl suche ich noch die Anzahl der Außenelektronen von Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff heraus. Das Element Wasserstoff steht im Periodensystem der Elemente in der ersten Hauptgruppe und somit hat das Wasserstoffatom ein Außenelektron. Das habe ich hier dargestellt. Das Element Kohlenstoff steht im Pse in der vierten Hauptgruppe und somit hat das Kohlenstoffatom vier Außenelektronen. Das Element Sauerstoff steht im Periodensystem der Elemente in der sechsten Hauptgruppe, weshalb das Sauerstoffatom sechs Außenelektronen hat. Zur Bestimmung der Oxidationszahl rechne ich die Anzahl der Außenelektronen minus der Anzahl der zugeordneten Elektronen inklusive freier Elektronenpaare. Und schaue ich nochmal hier oben nach, so sehe ich nur bei den Sauerstoffatomen freie Elektronenpaare, hier durch diese Striche dargestellt. Stellvertretend nehme ich jetzt dieses Wasserstoffatom. Dieses Wasserstoffatom hat ein Außenelektron. Ihm wurde jedoch kein Elektron zugeordnet aufgrund des geringeren Elektronegativitätswerts im Vergleich zum Kohlenstoffatom. Ich rechne also 1 minus 0, das ergibt also die Oxidationszahl von plus 1 für Wasserstoff in dieser Verbindung. Und da die Markierung hier von jedem Wasserstoffatom in Verbindung zum Kohlenstoffatom beziehungsweise vom Wasserstoffatom zum Sauerstoffatom immer wieder gleich markiert ist, kann ich überall für die Wasserstoffatome die Oxidationszahl plus 1 in dieser Verbindung drüber schreiben. Nun bestimme ich die Oxidationszahl erst einmal dieses Kohlenstoffatoms. Dabei ziehe ich von den vier Außenelektronen alle zugeordneten Elektronen ab. Die zähle ich zunächst einmal zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich rechne also 4 minus 7 ergibt minus 3. Die Oxidationszahl für dieses Kohlenstoffatom beträgt minus 3. Dieses Wissen wende ich jetzt auch auf dieses Kohlenstoffatom an. Ich rechne also die Außenelektronen 4 minus der zugeordneten Elektronen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elektronen werden diesem Kohlenstoffatom zugeordnet. Ich rechne 4 minus 6 ist gleich minus 2. Deswegen hat dieses Kohlenstoffatom die Oxidationszahl minus 2. Und wenn ich mir den Aufbau dieses Kohlenstoffatoms im Vergleich zu diesem Kohlenstoffatom anschaue, so ist dieser gleich. Und deswegen kann ich auch hier gleich die Oxidationszahl von minus 2 drüber schreiben. Kommen wir zu diesem Kohlenstoffatom. Diesem Kohlenstoffatom wird allerdings nur ein Elektronen zugeordnet. Also rechne ich 4 minus 1 ergibt plus 3. Dieses Kohlenstoffatom bekommt die Oxidationszahl plus 3. Und dasselbe Prinzip wende ich jetzt auf die Sauerstoffatome an. Ich weiß, ein Sauerstoffatom hat 6 Außenelektronen. Jetzt zähle ich noch die zugeordneten Elektronen dazu. Inklusive freier Elektronenpaare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich rechne 6 minus 8. Das ergibt minus 2. Und somit haben beide Sauerstoffatome hier in dieser Verbindung jeweils die Oxidationszahl von minus 2. Das Ganze kann ich auch hier oben noch einmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elektronen werden hier diesem Sauerstoffatom zugeordnet. 6 minus 8 ergibt also auch minus 2. Das Wissen kann ich auch auf die vereinfachte Strukturformel übertragen. Bei vereinfachten Strukturformeln werden nur die wichtigsten Bindungen dargestellt. Und das habe ich jetzt hier einmal vorgenommen. Das gemeinsame Elektronenpaar hier zwischen diesen beiden C-Atomen bzw. zwischen diesen beiden oder zwischen diesen beiden C-Atomen wird gleichmäßig geteilt. Weshalb ich die blauen Striche schon mal gesetzt habe. Aus der anorganischen Chemie weißt du, dass Wasserstoffatome in Verbindungen in der Regel die Oxidationszahl plus 1 bekommen. Wir haben das auch gerade hergeleitet hier oben, wie das zustande kommt. Ich gucke mir jedes Kohlenstoffatom nur in dieser Verbindung mit den Wasserstoffatomen an. Wenn das Wasserstoffatom eine positive Oxidationszahl hat, so bekommt die Oxidationszahl des Kohlenstoffatoms auf jeden Fall ein Minus als Vorzeichen. Ein Wasserstoffatom hat die Oxidationszahl plus 1. Ich habe hier drei Wasserstoffatome, die an ein Kohlenstoffatom gebunden sind. Also rechne ich plus 1 mal 3, das ist plus 3. Ich kehre wie gesagt das Vorzeichen um. Und deswegen hat Kohlenstoff hier in diesem Bereich dieser Verbindung die Oxidationszahl minus 3. Und das setze ich jetzt hier fort. Plus 1 mal 2 ergibt plus 2. Ich kehre wieder das Vorzeichen um. Kohlenstoff bekommt jetzt hier und auch hier, weil wie gesagt der Aufbau genau derselbe ist, die Oxidationszahl minus 2. Hier muss insgesamt plus minus 0 auch wieder für diesen Bereich rauskommen. Aus der anorganischen Chemie weißt du auch hier, dass Sauerstoff in Verbindung in der Regel die Oxidationszahl minus 2 bekommt. Und wenn ich alles zusammenrechne, minus 2 plus minus 2 ist also minus 4 plus 1 ist minus 3. Vorzeichen umkehren und hier bekommt Kohlenstoff die Oxidationszahl plus 3. So sieht dann die Bestimmung aller Oxidationszahlen in den Molekülen mit der vollständigen bzw. vereinfachten Strukturformel aus, wenn ich alle Hilfsstriche weglasse. Zusammenfassend halte ich fest, dass ich mithilfe der Schritt-für-Schritt-Anleitung die Oxidationszahlen ganz einfach bestimmen kann. Denn je öfter du das Bestimmen der Oxidationszahlen übst, desto leichter fällt dir deren Anwendung. Sei auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, Chemie echt fetzig!